Hallo und herzlich willkommen zu ALOA, anders leben ohne Angst, deinem Podcast für mehr Mut und Zuversicht. Mein Name ist Magrit Hanunkur und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Als ich diesem Podcast den Namen ALOA, anders leben ohne Angst gegeben habe, mit dem Untertitel dein Podcast für mehr Mut und Zuversicht, waren die Worte Mut und Zuversicht für mich irgendwie ganz klar zusammengehörig. Die sind wie selbstverständlich da gewesen. Aber je öfter ich mir dann das Wort Mut anschaue, und vielleicht kennst du das, dass du je genauer du ein Wort betrachtest, du immer mehr in diesem Wort entdeckst. Und deshalb möchte ich heute mit dir meine Gedanken zum Wort Mut teilen und warum meines Erachtens Mutigsein nichts mit Leichtsinn zu tun hat, sondern tatsächlich eine Herzensangelegenheit ist. Denn wenn wir von Mut sprechen, verwenden wir auch oft das Wort Courage. Und hier wird die Herzensangelegenheit gleich auf den ersten Blick sichtbar. Denn da steckt das lateinische Wort Chor sowie das französische Wort Chor drinnen und beides bedeutet Herz. Also mutig zu sein heißt in erster Linie für das loszugehen, was wir uns von Herzen her wünschen. Für unsere Träume und Visionen aus unserer Komfortzone herauszutreten, Neues auszuprobieren, auch wenn wir noch nicht wissen, wie es ausgehen wird. Es hat demnach nichts mit der meiner Meinung nach völlig fehlbezeichneten Mutprobe zu tun. Denn etwas zu tun, das uns oder andere in Gefahr bringt, ist nicht mutig, sondern eher wohl leichtsinnig und hat meiner Meinung nach nicht wirklich etwas mit der Erfüllung des eigenen Herzenswunsches zu tun. Denn der Mut, von dem ich heute spreche, ist eben genau für das loszugehen, von dem du tief in dir spürst, dass du es definitiv machen würdest, wenn du wüsstest, dass alles gut ausgeht. Und deshalb bedeutet mutig zu sein, auch den Fokus bei sich zu halten. Den Fokus darauf zu halten, was wir uns wirklich wünschen. Den Fokus auf Vertrauen statt auf Misstrauen zu legen. Und ich finde den Satz so schön und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer ihn ursprünglich formuliert hat, aber ich glaube, es war Lars Ahmend. Das ist ein deutscher Autor und ebenfalls Coach. Der hat gesagt, Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Aber es bedeutet, dass etwas anderes wichtiger ist als die Angst. Und ich finde, dass dieser Satz ziemlich genau ausdrückt, was mutig sein vor allem bedeutet. Denn oftmals glauben wir, wenn wir erfolgreiche oder zufriedene, erfüllte Menschen sehen, dass denen scheinbar alles in den Schoß fällt. Sie scheinbar wie selbstverständlich ihren Weg gehen und ihnen alles ganz leicht von der Hand geht. Aber auch diese Menschen haben ihre Ängste und Sorgen gehabt, dass ihr Projekt, ihre Vision, ihre Lebensvorstellung oder was auch immer sie sich gewünscht haben, vielleicht nicht so aufgeht. Aber weswegen sie heute dort stehen, wo sie sind, kommt daher, dass sie eben trotz ihrer Ängste und Bedenken losgegangen sind, weil ihr Ziel, ihre Vision eine noch größere Anziehungskraft hatte als die Angst. Sie haben ihre Angst wie an der Hand genommen. Sie sind trotz ihrer Angst losgegangen. Sie haben sich dazu entschieden, ihren Weg zu gehen und das nicht ohne, sondern trotz ihrer Angst. Und du hast das sicher auch schon erlebt, wenn du dir etwas in den Kopf gesetzt hast, wenn du einen Herzenswunsch gehabt hast und die Angst dich fast abgehalten hätte, es zu tun und du es dann doch getan hast, was das für ein schönes Gefühl ist. Und auch ich würde heute diesen Podcast ziemlich sicher nicht aufnehmen, wenn ich mich für die Angst entschieden hätte. Und ich gebe ehrlich zu, es hat seine Zeit gebraucht. Denn den Wunsch, diesen Podcast zu machen, den trage ich schon etwas länger mit mir herum. Irgendwann war mir dann aber klar, wenn ich meinen Wunsch wirklich leben möchte, nämlich auch andere Menschen dabei zu begleiten, für ihre Wünsche loszugehen, andere dazu zu animieren, wieder ihr wahres Ich-Bin zu entdecken, ihr wahres Potenzial zu leben, dann muss ich jetzt diesen Schritt gehen, auch wenn er mir vielleicht Angst macht. Auch wenn mir der Schritt in die Sichtbarkeit Angst macht. Und sich dieser Angst zu stellen, und die kann ganz schön ordentlich sein. Zumindest war das bei mir so. Das ist völlig in Ordnung. Aber es nicht zu tun, würde bedeuten, nicht meinen Traum, mein Leben leben zu können. Das, was tief in meinem Herzen mir wahre Freude bereitet. Und deshalb zahlte sich aus, der Angst liebevoll zu begegnen. Einmal genau hinzuhören, was sie uns denn überhaupt sagen möchte. Denn unsere Angst ist eine unserer ältesten Emotionen, die ursprünglich dazu diente, uns zu beschützen. Damit wir wirklich schnell agieren können, um unser Überleben zu sichern. Also unsere Angst ist grundsätzlich nicht schlecht. Unsere Angst muss uns auch nicht abhalten, mutig zu sein. Wir sollten der Angst aber ihren Raum geben, ohne uns gleich vollständig in ihr aufzulösen. Denn wenn wir uns in der Angst auflösen, passiert dann, dass wir uns gar nicht mehr entscheiden können. Wir sind dann automatisch schon wie blockiert. Und deshalb ist es so wichtig, ihr zu begegnen, um überhaupt wieder bewusst entscheiden zu können, ob ich mutig sein kann und möchte. Denn Mut beruht vor allem auf dem Willen, ihn zu haben. Das bedeutet für mich, sich zumindest die Option zu geben, mutig zu sein. Deshalb möchte ich dich heute zu einer kurzen Übung einladen, die du entweder gleich jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt machen kannst. Wenn du vielleicht auch gerade einen Wunsch hast oder vor einer Herausforderung stehst. Vielleicht ist das ein neuer Job, eine neue Wohnung, eine Reise, die du gerne machen möchtest, der Wunsch nach einer Beziehung oder auch so wie bei mir, dass du gerne mit einem Podcast starten möchtest oder vielleicht ein Buch schreiben willst, was auch immer dein Wunsch ist, aber du sofort Bedenken hast, die dir sagen, ich traue mich nicht oder vielleicht bin ich schon zu alt oder zu jung oder diese Idee gibt es schon, die Reise ist zu teuer, zu gefährlich, ich kann nicht schreiben. Dann lade ich dich jetzt eben zu dieser Übung ein, dich auf der einen Seite mit dem Anteil von dir zu verbinden, der ängstlich ist, der dich festhalten möchte, sowie auf der anderen Seite dich mit dem Anteil verbindest, der am liebsten mutig losstarten würde. Und dazu nimm dir bitte einen Zettel und einen Stift. Wie schon öfters erwähnt, ist es einmal mehr kraftvoll, sich die eigenen Gedanken beziehungsweise Antworten aufzuschreiben. Und dann frag zuerst einmal deine Angst, was denn ihre Absicht ist, wovor sie dich denn beschützen möchte. Frag sie, was dir denn alles passieren könnte, wenn du jetzt mutig losgehst. Und schreib dir diese Antworten auf. Und du wirst merken, dass die ersten Antworten recht schnell kommen. Aber wenn du merkst, dass dir nichts mehr einfällt, dann frag zur Sicherheit noch mal nach, ob es da noch etwas gibt. Lass nicht so schnell locker. Frag wirklich, was ist denn so das Schlimmste, was mir passieren könnte, wenn ich jetzt losgehe. Und wenn du das aufgeschrieben hast, dann wende dich im zweiten Schritt dem Anteil zu, der voller Zuversicht und Vorfreude ist. Und frag auch diesen Anteil. Was wünschst du dir für mich? Was ist deine Absicht? Und frag ihn auch, was kann ich gewinnen, wenn ich diesen Schritt mutig gehe? Und schreib auch diese Antworten auf. Und auch hier lass, bitte nicht locker, sondern frag noch mal nach. Was bringt es mir noch? Gibt es da noch etwas, was ich habe, wenn ich jetzt diesen Schritt wage, wenn ich jetzt diesen Schritt mutig gehe? Ja, und du kannst dir für diese Übung Zeit nehmen. Das kann ein Prozess sein, in dem du immer wieder neue Argumente findest und die dann dazuschreibst. Und wenn es soweit ist, dann auch eine Entscheidung zu treffen, dann lies dir deine Antworten noch mal genau durch. Spür ehrlich nach, bei welchen Antworten dein Herz weit wird und bei welchen es eng wird. Und spür nach, ob es eng wird, weil eben die Bedenken der Angst recht gut sind. Und da bitte ich dich dann aber auch zu bedenken, dass auch das, wofür du brennst, in der Umsetzung nicht immer nur Spaß macht, nicht immer nur freudvoll ist. Dass die ersten Schritte hin zu deinem Traum durchaus auch herausfordernd sein können. Aber wenn du dran bleibst, wird das Gefühl, die Freude darüber, dass du drangeblieben bist, umso größer sein. Das ist so ähnlich, wie wenn du auf einen Berg steigst und dir beim Aufstieg denkst, wäre ich doch nur unten geblieben. Dann hätte ich es jetzt ganz gemütlich und vielleicht keine Blasen auf den Füßen oder Muskelkater in meinen Oberschenkeln. Doch wenn du dann am Gipfel oder auf der ersten Anhöhe stehst, weißt du, wofür du es gemacht hast. Du weißt, weswegen du losgegangen bist und dass es sich lohnt, für die eigenen Träume loszugehen. Und so ist das eben auch in unserem Leben. Es ist eben nicht nur ein flacher, gerader Weg. Manchmal sehen wir die Abzweigungen nicht. Manchmal geht es steil bergauf, manchmal zu stark bergab. Und deshalb dürfen wir auch Pausen einlegen, wir dürfen uns erholen. Aber wenn wir stehen bleiben, werden wir immer nur diesen einen Blick haben. Also geh in deinem Tempo weiter. Nimm manchmal die Anstrengung, die dein mutiges Vorangehen erfordert, in Kauf, um deinen Herzenswunsch auch zu leben. Denn mutig weiterzugehen bedeutet, trotz deiner Angst neugierig darauf zu sein, sich zu entwickeln und zu wachsen. Ja, und jetzt wünsche ich dir von Herzen Mut und Zuversicht für deine Vision, für dein Vorhaben oder auch deine Herausforderungen. Hab Vertrauen, dass, wenn du daran glaubst, dass auch deine Angst nicht gegen dich, sondern für dich ist, dass du sie getrost an der Hand nehmen kannst und auf der anderen Seite dich dein Mut begleitet und du dich von ihm führen lassen kannst. Wenn du weitere Inspirationen möchtest, freue ich mich, wenn du mir auf meinen Social Media Kanälen folgst. Du findest mich unter Magritte-Hahnunkur-Coaching auf Facebook und Instagram oder auf YouTube und natürlich auch auf meiner Website www.hahnunkur-coaching.com Ich hoffe, du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Aloha, anders leben ohne Angst, dein Podcast für mehr Mut und Zuversicht. Alles Liebe, bleibt mutig, deine Magritte und zum nächsten Mal wieder mit dabei! Vielen Dank.